Wer schon mal mit seinem Vierbeiner beim Tierarzt war, wird die handlichen und mobilen Tragekäfige kennen, in denen man sein geliebtes Haustier übergangsweise transportieren kann. Eigentlich ist solch eine Vorrichtung nicht dafür gedacht, dass Tiere dort Tage oder sogar Wochen verharren müssen. Genau aus diesem Grund waren Betreiber eines Tierheims in Texas entsetzt und verärgert, als sie eine Katze sahen, die tatsächlich seit zwei Jahren in der Tragebox überleben musste. Sie hatten wenig Hoffnung, doch teilten den grausamen Fall im Internet. Schnell wurde Leslie, eine Tierarzthelferin auf die Katze aufmerksam und entschloss sich alles für sie zu tun. Sie brachte sie schnellstens in eine Tierklinik und der Zustand der Kleinen verbesserte sich tatsächlich. Er konnte sich wieder aufrappeln und nach kurzer Zeit wird klar, dass der Kater ein richtiger Kämpfer ist. Jetzt strahlt er wieder mit beiden Augen.